hallo leute und willkommen zurück zu let's test und heute testen wir battlefield 4 ja den ganzen zeit den ganzen zeit vor allem die ganze zeit nur probleme mit dem spiel ist es totgeprägt von mikroklon und allem bei mir hier 50 fps und trotzdem ist es mehr als nur unspielbar im moment noch ich hoffe ja das wird gepatcht ich lad mir auch heute abend näher guck doch mal wie das anguckeln ist alter kannst du keinem erzählen vor wo die kanten klettung drin war lief sogar noch ein bisschen besser muss ich ehrlich sagen die habe ich jetzt raus gemacht genauso wie das aufnehmen so gut wie unmöglich jedes mal ist ja wenn ich eins nicht kann dann ist es snipen ich habe jetzt auch eigentlich die sniper gar nicht gewollt und ich würde sagen wir springen ins wasser und tauchen erstmal ne runde ähm die settings sind oh da ist jemand da ist jemand scheiße jetzt komme ich ja nicht hoch da ist doch jemand ja genau alter genau so ein weh da wächst jetzt wieder ins fenster wie vorhin fand ich scheiße ähm ja bin noch nicht so zufrieden bin eigentlich ehrlich gesagt sehr enttäuscht hätte es mir besser erwartet hier guck mal das fucking game sind alle nur am rummeckern und es sieht aber auch immer geil aus obwohl ich nicht mal die höchsten einstellungen es habe weil sonst ist es unspielbar ja nicht mal eine animation wenn man laser an und ausschaltet haben sie geschafft schade schade da ist ich hoffe ja wirklich das spiel wird was ordentliches jetzt soll mein erstes spiel auf der next gen schließlich werden im pc nicht und ist mir so gefährlicher um zu laufen eigentlich auch ich muss ja jeder hier last man in squat alle nur am sterben und ja bin auch trotzdem enttäuscht von schade machen dienen kann man nicht tauchen irgendwie das nicht im trailer da hat er es jetzt mal bei dieser dreckige sniper alter mann 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 schlimm so was das hochhaus haben wir als boh ist ja mit dem fahrstuhl hochgefahren ich wollte das eigentlich auch mal machen den fahrstuhl benutzen und jetzt ist die geile szene wie im trailer das hochhaus und der heli ist ja oben komm her und machen dienen schon wieder ach schade knapp ich will die wirklich so gerne treffen alle weiß gar nicht was ich dafür alles machen würde mittlerweile ja genau frontschwein 87 liegt da oben und gilt einfach und das hier okay kommt überhaupt noch gar nicht auf das spiel klar ist ja wirklich schlimm ey und diese mikro klar ich hoffe ihr seht es auch im video ich dachte eigentlich ich kann das spiel die ganze zeit loben aber das ist ja eher das gegenteil ich die ganze zeit nur am ummotzen bin bis jetzt war eigentlich nicht geplant wie geht denn der auf mal lieber fahrt aber ganz schön nütz okay es ist 16 nur okay ganz schön schwach eigentlich ich jungen 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 rt hast du doch mal komplett aus diese heli aber das ist das was ich bettelt normalerweise hätte ich mir noch ein paar kumpels einladen müssen Oh, jetzt habe ich die falsche Straße gedrückt. Ich will dann nur in die Hocke gehen. Ey, wieder nur ein Kill-Assist, Alter. Na, kommt aus der Ecke raus. Oh, der Fahrstuhl-Pymbel, ich habe das gehört. Okay, was war das jetzt gerade? Okay, Granaten sehen auch gut aus, wenn sie geworfen werden. Alter, ich kriege die ganze Zeit die Schüsse ab und sie fühlen sich einfach nur geil an, wenn man getroffen wird. Da kommt so ein geiles Feedback, finde ich. So, ich werde jetzt aber trotzdem mal rüber wechseln, obwohl es sehr gefährlich ist eigentlich, aber... Muss ja auch mal riskieren im Leben. Aber was macht dieser Heli denn? Er trifft nix. Trotzdem kurvt er die ganze Zeit herum. Geil. Geil, keine Muni mehr, geil. Ist jemand hier... Dingens, Mann. Muni, Mann. Niemand. Sehe ich das gerade richtig? Was bringt denn das, wenn der sich genau dahin neigt? Okay, das ist auch noch nicht so funktionsfähig. Ich habe gerade getestet, ob der um die Ecke sich legen kann. Entweder ich habe was falsch gemacht oder das funktioniert noch nicht so richtig. Aber ich denke, ich habe irgendwas falsch gemacht. So, wie sieht das jetzt ja aus? Können wir den irgendwie bedienen? Ah, Elevator. Alter. Elevator. Ich geh auch nicht an dem Buckel. Ja, geil. Es gibt schon die Fahrstuhlcamper. So muss das so sein. So, spielen wir mal Supporter. Und was kann man hier machen? Okay, die kann man hier anpassen. Zweitwaffe, Hauptwaffe. Oh, da... Customized, genau. Da ist ja das, was ich gesucht habe. So, ich möchte... Das eigentlich nicht. Ja, ne. Brauche ich nicht ein Zwei-Bein. Ein Schali. Ja, kann man drauf lassen. Okay. Komm, spawnen wir wieder. Sonst ist die Spawn-Position... Ach, die ist ja schon weg. Geil. Ja, ich bin ja froh, ey. Ich reflexe auch wie so'n Hund. Und... Und es ist so am Ruckeln, Alter. Ganz Zeit 40 FPS und seht... Jetzt musst du es aber sehen hier. Es sind dauerhaft 40 FPS. Und die Grafiker der Arbeit nicht mehr richtig. Die ist nur 80... Äh, nur... 80 Grad wäre voller Auslass. Die ist nur 75 Grad heiß. Also... Ja, stimmt noch was nicht. Das klingt aber nicht wie, als wenn da ein Schali drauf ist. Einfach mal rein... Rein rattern. Ja, ich krieg da schon nur das Snap-O-Schüsse ab. Ey, ist das hoch aus kaputt? Ja, jetzt sieht's so aus. Ey, war ich da grad noch drunter? Okay, das ist jetzt hier wie diese eine Battlefield 3 Map. Fick dich. Okay, ich spiel ein bisschen Assort. Ich spiel ein bisschen Assort. Was machen die denn? Wir haben das doch so schön eingenommen. Was packen die denn das wieder nicht? So, komm. Da vorne sind die Gegner. Wo rennst denn du schon wieder hin? Okay, das ist schon wieder nicht toll. Dass ich die Taste gedrückt halten muss. Komme ich überhaupt schon wieder nicht drauf klar. Aber in der Einstein kann man das bestimmt umstellen. Wie schon gesagt. Ich hoffe, dass die Controlen-Version diese ganzen Fehler nicht hat. Ich finde ja lustig, wie die ganze Zeit im Chat flamen. Wo das Spiel... Aber es ist ja einfach nur zum Flamen bis jetzt. Mir gefällt auch bis jetzt noch nix. Oh, 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 oh. Ich seh ihn, ich seh ihn auch. Ich will hier erstmal in Deckung. Watch it now. Ach, schade. Dann habe ich zu spät. Kant, dass er hinter mir stand. Wieso bin ich Asiate? So ein Gott. Ja, guckt es euch an. Jetzt ist das wieder feindlich. Kann man auf jeden Fall schon wieder vergessen, das Team. Da merkt man ja schon wieder, wo man gelandet ist. Wir sind ja richtig schön im Idiotenteam. So, ich guck mal zu B wieder rüber. B ist bis jetzt irgendwie, finde ich, die Standard... Oh, jetzt geht die FPS runter. Jetzt gehen sie runter. Und die Grafik hat er immer noch nicht voll ausgelassen. Also es wird nicht 100% genutzt. Manchmal wünsche ich zumindest Sniper. Oh. Okay, langsam gewöhne ich mich so dran. Also es ist nicht ein großes Unterschied zwischen der Hälfte 3. Ich muss mal... Au. Au. Alter. Ach, da oben. Der Sniper war da. Okay. Der Sniper will beef haben. Und das bekommt er jetzt. 100% nicht. Das ist schon wieder so klar, Alter. Spawn-Punkte funktionieren schon wieder nicht. Oh, ich reg mich schon auf 244 auf. Merkt man das vielleicht. Spawn doch mal, Junge. Und das ist so am Ruckeln, Alter. Ey, ich habe einen Gamer-PC und das ist am Ruckeln. Und sehr viele auch mit einer 87 beschweren sich schon, dass das hier nicht läuft. Also da hat... Ich weiß ja nicht, was die Engineer abverlangt an Leistung. Und warum das jetzt nicht funktioniert und warum auf der Gamescom alles geklappt hat, das weiß keiner. Mal richtig, denke ich mal. Mal richtig, denke ich mal. Das schätze ich ja EA schon seit... Stehen. Schade. Aber die Pistole klingt schon mal geil. Das muss man ihr lassen. Okay, gut. Ich würde sagen... Ach, kommen die Runde spielen wir noch zu Ende. Kommen die spielen wir noch zu Ende. So viel Zeit habe ich auch noch. Aber jetzt ist er wirklich gestorben, oder was? Boah, jetzt muss ich doch hier spawnen. Oder werde ich mal im Heli gespawnt. Puh. Hätte ich mir nochmal den Heli angucken können. Ich will auch noch Battle... Ähm, Battle Feeds, was labere ich denn schon wieder? Äh, GTA Online heute spielen. Das ist ja das, was ich schon da sehe. Das ist wieder zeitmäßig nichts wird. Das war ja total der Scheiß, wenn ich gerade zusammen geaimt habe. Da habe ich nämlich so gemacht. Die ganze Zeit wie so eine Wasser. Den ganz... Komm, 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 komm. Störb nicht, stirb nicht, stirb nicht. Fuck, Junge, jetzt ist der wirklich... Wie ist denn der hier hochgekommen? Ja, genau. Ja, genau. Little Bird. Genau. Okay, gleich ist Feierabend für uns. Für die Chinesen. Was soll das Chinesen heißen? Zählen. Ski und Nese. Ja. So, kein Bock mehr. Leute, wir sehen uns beim nächsten Letztest. Battlefield 4. Bis jetzt nicht besonders. Ich hoffe, sie patchen noch vier. Vielleicht sehen wir uns beim zweiten Testvideo von Battlefield. Aber das muss ich mal sehen. Euer 1504 Flori. Ciao, ciao.